Also du verliebst dich in diese erste Idee? Die relative Liebe fängt an, wenn der Liebhaber, das Lieben und das Geliebte sich als getrennt erfahren und die getrennte Erfahrung als Realität nehmen. Das ist die Hypnose, in die du fällst. Dann wirst du als Lieb... In dem Moment, wo der Liebhaber sich... Also er erfährt sich getrennt von dem Geliebten. Und wo er diesen Traum, der traumhaften Erfahrung der Trennung, als Realität annimmt und es zu deiner Wahrheit nimmt, und da fängt Liebe an, oder da fängt die leidenschaftliche Liebe an, weil da fängt Leidenschaft an. Weil da möchtest du als Liebhaber dein Geliebtes kennen oder verbessern. Und da fängt leidenschaftliche Liebe an. Indem du der Liebhaber bist, das Lieben und das Geliebte, da passiert gar nichts. Da gibt es... Realisierst du dich halt als das. Aber in dem Moment, wo du dich als Liebhaber getrennt von dem Geliebten empfindest, da fängt Leid an. Und da gibt es halt die ganzen Traditionen von allen möglichen Nationen, wo eben das versucht wird aufzulösen. Wo nämlich Subjekt, Objekt in einer Erkenntnis oder in einem, beim Darwischen, in dem verschwindenden Gott, eben durch irgendetwas aufgelöst wird. Nämlich wo die Liebhaftigkeit mit dir selbst aufhört. Also in Selbsterkenntnis, wo ich der Liebhaber im Geliebten erkennt, verschwinden beide. Oder wo, was auch immer. Also es ist immer eine Selbsterkenntnis. Nämlich das zu sein, was das ist und nicht verschieden ist von dem. Aber da gibt es keine Einheit dann. Es bleibt also keine Einheit übrig. Also auch diese Erkenntnis kann nur relativ sein. Die wird dann einen relativen Frieden schaffen. Aber auch die Erkenntnis, weil sie eine Geschichte hat von einem vorher, nachher, kann wieder weggehen. Das ist dann, wo dem Ich-Bin-Land ist. In diesem himmlischen Gefühl von Einheit. In diesem Kraft des Jetzt, was man immer das nennt. Aber wo du reinkommst, gehst du auch wieder raus. Aber allein das zu sein, was das ist, wo es noch niemals ein Jetzt gibt. Wo du absolut nicht weißt, was du bist oder nicht bist. Eine vollkommene Abwesenheit irgendeiner Erfahrung. Jegdwegeart. Weil das kommt nie raus aus dem, was es ist. Und was da vorne immer etwas erreicht hat, nämlich auch diese Erkenntnis des Jetzt, ist eine flüchtige Erkenntnis. Aber nicht schlecht. Genieße es, solange es dauert. Aber genieße es noch mehr, dass es eben nicht dauert. Dass es sich bestimmt wieder ändern wird. Und dass es durch das ganze Ändern der Umstände deine Natur nie und niemals verändert werden kann, in dem, was sie ist. Und dass es Gott sei Dank, keiner braucht das jetzt, damit er glücklich sein kann. Weil es auch schon wieder eine schöne Idee ist. Es gibt bei Rama, also es gibt diese sieben Stufen der, was auch immer. Es gibt die erste Stufe deiner vollkommenen Identifikation mit diesem Körper. Und dann möglicherweise die Erkenntnis, dass dieser Körper nicht ist. Und dann kommst du zum Ich Bin, zur Einheit. Aus der Getrenntheit der Erfahrung gehst du um die Einheitserfahrung von Lehre. Was dann Satur ist beim Zen-Buddhismus oder irgendwas. Die Satur des reines Ich-Bins. Aber dann fängt das Ping-Pong an. Weil die Lehre fängt immer wieder an zu kreieren. Du bist also einmal bist du nicht, und dann bist du doch wieder. Dann bist du nicht, dann bist du doch wieder. Kannst dich aber nicht entscheiden. Weil du bist eben der nicht entschieden, auch entschieden, bist geschieden von dem Entschiedenen. Bist geschieden von der Scheidung. Du wirst also getrennt von dem Getrenntsein, als das Nicht-Getrennte. Es wird sehr kompliziert dann. Weil du versuchst dann immer, die Einheit aufzurechtzuhalten und die Getrenntheit zu vermeiden. Also immer ein kleiner Aufwand. Aber macht ja keine Umstände, heißt das. Also dieser Umstand der Lehre ist genauso im Umstand, wie der Umstand der Fülle. Aber der Umstand der Lehre kann ich nicht mehr oder weniger machen, wie der Umstand der Fülle, die ich nicht mehr oder weniger machen kann. Dann bleibt möglicherweise das Gewahrsein über als dritte Stufe. Dritter Stadium. Der dritte Zustand, also der erste Zustand, du bist ein Zustand. Kannst du Zustände kriegen. Dann das Zustand los, die Lehre, dann denkst du, oh, ist ja Himmel. Mensch, da gibt es ja keinen, der im Zustand ist. Frei. Freiheit. Die Nicht-Freiheit und die Freiheit. Aber das wechselt dann ständig. Du kannst das eine wie das andere noch kontrollieren. Boah, wenn ich das nicht kontrollieren kann, dann leck mich doch am Arsch. Dann bleibst du hier vorne im Gewahrsein. Im Samadhi. Das ist dann das Samadhi, das ist der dritte Zustand, der immer wieder zurückkommen kann, weil da kommst du immer wieder in die Formlose und ins Formelle. Weil du bist immer noch getrennt vom Flosen und vom Informellen. Weil du bist immer noch getrennt. Weil du bist immer noch der Zeuge. Der Zeuge, der auf die Leere und auf die Fülle guckt, als etwas Getrenntes von dem. Weil du bist immer noch der Erfahrene als das, was ich ist, was Licht ist. Ach, ich bin Licht. Und das ist alles nur Form und Objekt. Ich bin ja in diesem Hintergrund des Lichts. Ich bin ein Gewahrsein. Reines Bewusstsein. Aber immer noch Identifikation. Und ohne Ich gibt es keine Identifikation. Auch das ist immer noch Identifikation und damit Getrenntheit. Und dann sogar noch die Resignation an diesem Licht. Die Erkenntnis, auch das Licht ist noch nicht das, was erkennt. Und dann ist das, was erkennt, vor dem, was Licht ist. Dann ist der vierte Zustand. Die Zustandslosigkeit deiner selbst. Die Wissenslosigkeit. Die Absolutheit dessen, was ist. Was weder weiß noch nicht weiß. Was vor jedem Wissenden und Unwissenden ist. Dass im vierten Zustand gibt es kein Zurück mehr. Das ist das, was deine Natur ist. Und aus diesem Natürlichsten, der keine Natürlichkeit mehr kennt, wacht ein absolutes Gewahrsein auf. Ein absolutes Bewusstsein und absolutes formelles, informelles Bewusstsein. Damit bist du das, was Gewahrsein ist, als sechste, fünfte Stufe. Das, was Bewusstsein ist, als sechste. Und das, was Fülle ist, als siebte. Dann bist du das, was das Reale und das Realisierte ist. Dann bist du das, was das ist, was ist. Das ist Ramana's siebte Strahl. Du kannst nicht ohne ein Wahrnehmenden etwas wahrnehmen, denkst du. Du wirst als erstes zum Wahrnehmen. Dann kommt das Wahrnehmen, was Geist ist und dann das Wahrgenommene. Das ist die Art und Weise, wie du dich verwirklichst. Und ohne diesen ersten Wahrnehmenden gibt es auch nichts Wahrnehmbares. Und damit fängt die Welt an. Also aus dem, mit dem kommt die Welt. Mit der ersten Wurzelidee von ich, was der erste Wahrnehmende ist, wo sich das Sein als Wahrnehmender empfindet, erscheint wahrnehmen. Und aus den beiden zusammen kommt dann alles Wahrgenommene. Und da gibt es keinen Kommen. Also, weil es nun mal wach geworden ist, als Wahrnehmender, aus dem, was Wahrnehmung ist, erscheint ein Wahrnehmender als erste grundlegende Erfahrung von Sein, von Gewahrsein, als das subtilste Ich. Dann kommt ein Wahrnehmen von Geist, von raumgleichem Geist und das Wahrgenommene, was dann aus der beiden passiert. Also Adam, Eva und dann Kain und Abel. Das, was Licht und Schatten und diese Polarität. Kommen aus dem ersten Adam, der ersten Erfahrung von individuellen Seele, von ich. Der zweiten, der Eva-Erfahrung, nämlich dem von Sein, ich bin, Sein. Und dann aus der beiden zusammenkommt dann das dritte, nämlich jede polare Erfahrung von jeder Möglichkeit von weltlichen Erfahrbarkeiten, vom Körper, irgendetwas. Und das ist dieser Körper, Geist, Seele. Diese drei. In dieser Dreifaltigkeit erfährst du dich. Aber das, was sich als das erfährt, ist das. Aber nicht das, was erfährt. Mehr ist eigentlich nicht. Und das zu sein, was seine Natur ist, ist halt die Natur des Wahrnehmenden, die Natur des Wahrnehmens und die Natur des Wahrgenommenen. Gleichzeitig. Da gibt es keine Zeit. Man nimmt es eine Gleichzeitigkeit. Du bist das. Da passiert nie was dran. Also die Wahrheit, die sich als Wahrnehmender, als Wahrnehmen und Wahrgenommenes verwirklicht. Die Wirklichkeit, die sich als Verwirklicher, Verwirklichend und Verwirklichtes zeigt oder realisiert. Und die Natur der Verwirklichung und die Natur der Wirklichkeit sind nicht verschieden. Wenn ich jetzt so frage, wo die Welt herkommt, die kommt nicht. Die ist genauso unendlich in ihrer Natur wie das. Sie ist halt von nirgends gekommen. Die Natur der Welt ist das, was sein ist. Die Natur des Geistes ist das, was sein ist. Die Natur des sogenannten Vaters oder des Ersten, dieser Psyche da vorne oder was immer dieses reine Gewahrsein ist, ist das, was sein ist. Sein als Gewahrsein, Bewusstsein und Weltsein oder relatives Sein. Sein ist das. Und das kannst du halt nicht nicht sein. Und das ist halt deine Natur, die du nicht nicht sein kannst, also sei das. Und da ist der Frieden, den du scheinbar, da ist diesen Frieden, der nämlich nichts Zweites hat, nämlich das, was kein Zweites kennt, wo es nichts Zweites so gibt. Das ist der Frieden deiner Natur. Und weil du ihn nicht verloren hast, wirst du auch noch nicht wiederfinden in irgendeinem Umstand. Und ich kann halt immer nur, aber es kann dir keiner geben und es kann dir keiner was nehmen dafür. Nix muss sich verändern dafür. Nix muss kommen, nix muss gehen, um zu sein, was du bist. Also das ist das kälteste Verbrennen des Egos, weil es kann sein oder nicht sein. Es macht nichts. Deine Natur ist nicht bedingt an die An- oder Abwesenheit eines Egos. Es heißt Ego, weil es eh wieder geht. Sonst hieß es ja Bleibgo. Wo eh bleib.